Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play B.I.L. Mit Decrease. Hallo. So, diesmal als Para. Wir haben vielleicht mehr Glück, dass wir den Para jetzt groß kriegen. Weil, ähm, es regnet und wir brauchen blaue Pflanzen zum Fressen. Das ist gut. Das heißt, wir werden nicht verhungern. Drück mal die linke Maustaste. Was ist denn mit seiner... Was ist denn... Das ist der Bitch-Move, ja? Alter, ja. Und man muss sagen, die zwei Aufnahmen vorher, ähm, ja. Ja, beim Chris, ähm... Ja, kein Sound. Not working. Hast du den Game-Sound wenigstens drauf? Ja. Ja, vielleicht kriegen wir es bis dahin. Vielleicht haben wir es noch auf die Reihe gekriegt, irgendwie das noch runterzumischen. Die Tonspur oder so. Mal gucken. Jetzt muss ich dir meine Videos zuschicken, irgendwie. Dass du vielleicht den Ton extrahieren kannst. Ja, so ist das. Boah, ich hab schon keine Stamina mehr. Alter, das Viech. Ja, du lad mich jetzt mal ein hier. Was los? Was? Ich will dich nicht einladen. Hey. Halt mich ein. So, das sind wir in einer geilen Pflanzgruppe. Boah, hier ist schon irgendeine Gruppe. Wo bist du eigentlich? Ich schreie jetzt mal. Ich seh dich. Halt auch nochmal? Ach da, okay. Ich geh mal in deine Richtung. Oh, Stamina ist bei dem ja ruckzuck weg. Nein, der übt gar keine Stamina. Aber das ist gut. Es wird schon wieder dunkel, ne? Ja. Oh, meine Augen. Okay, dachte ich, darfst du noch nicht anmachen. Oh. Das Gute ist, wir müssen nur diese blauen Büsche finden. Und solange es regnet, verdursten wir nicht. Und wir werden auch nicht verhungern, wenn wir die blauen Büsche... Das heißt, wir können uns so ein bisschen zurückhaltender bewegen. Bis wir dann erwachsen sind. Also weglaufen brauchst du mit dem eigentlich nicht. Das ist... Na, schafft der nicht. Nö. Aber ich finde das Model cool. Also da finde ich auch die Animation ganz gut. Ich finde den immer noch wie gehabt. Nice. Vielleicht haben wir ja jetzt einfach mal mehr Glück. Na, wir müssen zum Zoom flassen. Pflanzen frißen. Aber das sind wieder Erfahrungen aus der letzten Folge, dass man sich als UV-Kano nicht mit dem UV-Rex anlegt, weil man da verliert. Das verlieren alle, wenn man sich mit dem UV-Rex anlegt. Aber er hat uns auch nicht die Beine brechen können. Ich habe ihn echt etliche Male angebissen. Aber okay. So ist das Leben halt. Ich glaube. Wahrscheinlich muss der Kano dann wirklich auf Raptoren-UVs gehen. Das könnte man schaffen. Aber ich glaube, den Giga hätten wir dann auch nicht geschafft. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Die Nachtsicht ist... Es tut mir jetzt leid für die Leute, die das gerade jetzt auf YouTube gucken. Ich kann... Die Nachtsicht ist viel zu hell. Ich muss jetzt echt warten, bis es noch dunkler wird. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel sehen. Aber es geht gerade nicht anders. Tut mir wirklich leid. Dieses Terminal... Ist zu schnell weg. Er lebt ja auch gar nicht so wirklich auf, ne? Ist doch auch wirklich. Ja, oh. Und was müssen wir fressen? Gibt es überhaupt Essen für uns? Blaue Pflanzen, sondern blaue Busche. Was für blaue Pflanzen? Ah, ich habe hier welche. Kannst du essen. Ich hoffe, das sind die richtigen. Das ist ein so großer blauer Busch, der das leider verliert. Hast du was gefunden schon? Ja. Ich nicht. Ich bin gerade am Futtern. Jetzt regnet das wieder durch, die ganzen Folgen. Ja. Ich quatsch, das hat doch... Gewittert durch. Aber vorhin war jetzt die ganze Zeit eigentlich Regen? Ich habe das schon total vernachlässigt. Ich glaube. It's rain. Man. Halleluja. Aber man hat jetzt auch so Regen am Monitor, ne? So ein bisschen. Kropft das da auch runter. Ja. Das ist cool. Gucken, wie schnell der jetzt hier wächst. Da bin ich echt gesch... Ach, ich sehe dich jetzt. Cool, du bist ganz in der Nähe. Ne, weil ich gerade... Halt mal bei dem blauen Busch. Ich will auch was essen. Ich bin nicht nah an den Rand. Ich habe nur gerade mein Core gemacht. Also bist du weit weg. Achso, schade. Achso, schade. Jetzt kann man, glaube ich... Ich konnte jetzt... Ne, nachts ist es immer noch zu hell. Boah. Ja, ich mache nochmal an. Boah, ja, ja. Ja, wir müssen noch warten, bis es dunkler wird. Es muss werden dunkler. Ja, das ist immer kacke, dass YouTube das so dunkle Rennen hat, Alter. Das ist... Aber gut, das kennt man das Problem. Aber jetzt... Gerade geht es jetzt von der Helligkeit. Aber das ist immer... Im Wald wird es immer so ein bisschen dunkler noch. Ja. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo du bist. Du wirst irgendwo hinter den Bergen sein. Ich bin fast am... Ich bin am Ende des Gebirges. Ach, du großer Gott. Wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit. Ja, das Problem ist immer, wir nehmen immer nur drei Folgen auf. Also schaffen sechs Folgen in der Woche ungefähr. Ne? Ja, das kommt hin. Das sind sechs Folgen, ja. Und meistens ist dann in der darauffolgenden Woche, wenn wir wieder aufnehmen, meistens werden die Server dann... Sind die halt zurückgesetzt, weil es halt Dev-Server sind, ne? Also unsere Fortschritte natürlich dann auch immer weg bis dahin. Aber wie gesagt, ich... Die Karte ist leider immer noch nicht offiziell und... Ich will weiterspielen auf dieser Karte hier. Deshalb bleiben wir auch erstmal im Dev-Bereich. Ich hasse V2. Mal, sorry, aber... Die ist mega abfuck. Oh, shit, das war... Das war krass. Oh, den habe ich gerade gesehen. Links neben mir. Boah. Das ist einfach zu viel mit der V2. Ich kann die nicht mehr sehen. Ewig lange drauf gespielt. Richtig. Hier sind überall diese geilen Pfützen. Oh, der Mond, der Mond sieht auch besser aus, ne? Guck mal. Ja, das ist nicht ein Mond, ja, ne? Das ist... Es sieht tatsächlich aus. Ne, der ist auch nicht... Ist auch kein Vollmond. Aber er sieht besser aus. Damals sah der aus wie... Kurze. Ja. Das ist gut. Was muss ich hier noch so eine komische Pflanze finden? Ach, da hinten sind die Büsche. Cool. Ich habe Büsche gefunden. Achso, nee. Ich habe einen Busch gefunden. Hast du nicht. Doch. Und sonst ist es andere Überharrung. Unten an deinem Körper. Na. Na. Da. Da. Ich bin dafür, dass wir sprechen die ganze Zeit. Oh. Da. Da, dabei. Genau. Martin, jetzt kommen wir endlich zu mich finden. Ich habe schon ganz viel. Von der Busch. Ich wusste echt sehr viel von der Busch. Alles klar. Ja. Gut, dass man nichts mehr betrinken muss, weil es regnet. Finde ich sehr gut. Das ist ein immenser Vorteil jetzt als Pflanzenfresser. Echt? Da mussten wir als Fleischjau. Nee, ne? Nee, aber da mussten wir Fleisch fressen. Hier können wir einfach nur blaue Büsche fressen. Ja. Das ist ein immenser Vorteil, den wir gerade haben. Wenn wir jetzt noch ein bisschen versteckt leben, können wir es tatsächlich mal zum erwachsenen Tier schaffen. Ich muss aber auch ganz schön viel fressen, ne? Boah, die Nachtsicht kannst du immer noch nicht anmachen, ey. Das ist furchtbar. Boah. Bin wieder voll gefressen jetzt. Boah, splendid mega. Ja. Du hast so einen hellen Punkt in der Mitte, ne? So drumrum geht die Nachtsicht, aber... Hä? Jetzt wird es hell wieder? Nee, ich glaube, das ist wegen dem Gewitter. Das stimmt manchmal mit den Lichtverhältnissen nicht über. Manchmal wird es heller und dann wird es auch wieder dunkler. Du hast auch in den Bäumen keinen Schatten mehr irgendwie, ne? Die sind alle so breich jetzt. Ja, das Viech hat ja gar keine Stamina. Oh Gott, irgendwas ist hier, glaube ich, bei mir. Tschüss, Martin. Wie schnell wächst der denn? Ah, der wächst langsam. Gott, ich höre hier überall den Tod. Um mich rum ist der Tod. Ja, hinter mir ist ein Mini-Kano. Den könntest du vielleicht sogar kaputt machen. Ja, der hat mich aber nicht angegriffen. Ja, dann... Das heißt was. Wenn er dich nicht angreift, dann bist du wahrscheinlich... Ich finde es gut, dass er als Yuvi diese zwei Attacken hat. Finde ich echt gut. Oder soll das hier schon Zapp sein? Hat der eine Yuvi-Stufe? Nee, Yuvi stand da, ne? Das war Yuvi. Doch, das war Yuvi. Aber er hat halt schon zwei Attacken. Das finde ich echt gut. Wir bräuchten eine größere Herde. Wir schließen uns der nächsten Pflanzenfresser-Herde mal an. Ansonsten ist auch tot wahrscheinlich. Ja, da kommen zwei Assis. Oh, die heißen auch noch so. Töten! Ja. Nur weil du so heißt. Und deinen Namen nicht änderst, wenn wir spielen. Achso. Ich lasse jetzt die Nachtsicht hier im Wald an. Ja, das geht gar nicht ohne, ne? Das ist viel zu dunkel. Ja, jetzt geht's aber mit Nachtsicht. Jetzt ist okay. Jetzt gewöhnen sich die Augen langsam dran. Aber die Nachtsicht wird ja auch immer noch ein Stückchen dunkler gerendert. Also, ich glaube jetzt, jetzt geht's wirklich. Hast du diesen hellen Fleck nicht mehr in der Mitte. Ich hab Angst, wir sind immer noch so weit auseinander, Alter. Das war gut so. Ich muss das mal einen Call machen, damit ich sehe, ob ich noch in die richtige Richtung laufe. Mach doch selber einen Call. Ich sehe ja nicht, ob ich in die richtige Richtung laufe. Ja, aber woher soll ich denn wissen, ob ich in die richtige Richtung laufe? Ich mach's. Da oben bist du. Jetzt bin ich bestimmt gleich tot. Ja, das ist auch cool, wie lange wir Kanus gespielt haben. Ey, alle anderen Nenus voll oft probiert. Einmal Kanu gespielt, scheiße weg. Das sind ja total demotivierte. Was? Nein, gar nicht. Wir können ja immer noch versuchen. Aber wie gesagt, Paare haben sich auch ganz viele gewünscht. Und dass wir einfach jetzt mal eine kurze Abwechslung reinkriegen vom ständigen Jagen gehen, es ist wirklich... Es ist mal angenehmer, jetzt nicht ständig auf Fleisch... Oh, das Trägen geht nach unten. Siehst du das? Ja, ja, ein bisschen. Was soll das? Minimal. Das ist doch nicht schlimm. I have no stamina. Vielleicht füllt sich das jetzt wieder durch den Regen auf. Weil wir kriegen ja laufend jetzt... Wird es ja größer, die ganzen Sachen, umso schneller wir wachsen. Alter, was ist das für ein Blitz? Ach ja. Gute Mineralwasser. Mineralwasser? Gute alte Rohrperle. Geschmieren. Eva Stragatze hat mich eingeladen. Ja, mich auch. Sorry, Eva Stragatze. Aber ich glaube, das sind welche, die klicken einfach durch. Naja. Laden einfach alles ein, ne? So, jetzt werde ich mir die Stamina aufheben. Ich werde mich jetzt mal hinsetzen, damit ich... Was war das denn? Warte. Ich habe mich am wenigsten bei einer komischen... Achso. Es hat gerade bei den komischen... Es kam gerade so ein... Und dann warst du kurz weg. Und dann warst du wieder da. Oh, ich bin... Wow. Offene Fläche, cool. Ne, da will ich nicht noch gehen. Ich habe hier auch gerade massive Probleme. Und ich habe überall Kanu. Oh. Oh, der war... Der war direkt neben mir, der Blitz. Alter. Mami. Ich bin an einem See. An einem großen See. Was ist denn das? Oder ist das... Bin ich am Sumpf? Ne. Was ist denn das hier für ein Wasser? Doch, ich bin am Sumpf. No, Alter. Weißt du, wie weit weg du bist, Mann. Bin ich am Sumpf? Bin ich am Sumpf sein? Doch, da war eine Pflanzenfresser her. Aber ich sehe die nicht. Ob ich jetzt einmal risky runtergehe. Oder ist das ein anderes Sumpfgebiet? Das sieht alles so anders aus hier. Ich gehe da jetzt einfach runter. Ja, ich sehe dich leider nicht, ne? Das heißt, du bist ganz schön weit weg von meiner Position. Aber Nachtsicht muss ich leider anmachen. Ohne geht gar nicht mehr jetzt. Natürlich auch absolut risky, wie ich jetzt hier gerade spiele. Absolut dumm eigentlich. Eigentlich müsste ich weg vom Sumpf. Digga. Hm? Hm? Ich müsste, ich müsste Elterntiere finden. Ganz im Fresse, Herde. Ich bin sowas von gefundenes Fressen her, Alter. Ah. Aber jetzt erkenne ich keine blauen Büsche. Aber ich weiß, wie die aussehen, aber. Weißt du gar nicht. Die sind blau. Ich komme wieder, glaube ich, in deine Richtung, so ein bisschen. Und die Stamina wollte ich mir aufheben, eigentlich. Oh Gott, creepy. Creepy. Bevor wir uns erstmal finden. Das wäre ideal. Wird nicht passieren. Nicht? Nicht. Oh, doch. Wir sind mal gleich. Also lange brauchen wir nicht mehr. Warum? Jetzt sind wir schon hier erwachsen, Alter. Wir sind was? Danach kommt erstmal. Zapp. Wir sind tödlich. Krabbel, ich kraxel jetzt hier den Berg hoch. Also Sumpf gehe ich nicht runter, definitiv nicht. Das ist so langsam, aber gemächlich halt. Du sollst halt entspannt durch die Natur wandern. Aber da freue ich mich schon wieder auf die Streams, wenn wir dann wirklich viele Leute sind und das wieder vernünftig durchziehen können, so. Mit Familienbanden und. Oha. Blitz. Dinosuchus. Was? Da gibt's ja ja auch mal so irgend so ein Blitz-Dino näher. Hm. Da gibt's doch Gremlins 2. Kenn ich, ja. Da gab's ja auch so einen Blitz-Gremlin. Der in der Telefonleitung näher gefangen war. Joa. Voll brutal, Alter. Sehen voll niedlich aus, aber voll die kleinen Bastarde, wenn sie mit... War das Wasser? Ähm, ja, nach zwölf Füttern und, äh, Wasser. Stimmt. Ah, genau, wenn du nach zwölf Fütterst, dann kommen die Bösen raus, geflogen, aus dem Gizmo. Und, ähm, wenn die dann noch nass werden, dann werden das diese ekligen Glubschie-Viecher. Mhm. Aber zuerst kommen Flauschige raus, aber auch böse. War schon cool. Gremlins, Gremlins 1 war mein erster Horrorfilm. Naja, so richtig Horror war der ja auch nicht, ne? Naja, wenn die Uncut-Version, wo der da im Mixer gesteckt wurde und so, in der Mikrowelle Alter, das war schon, das war schon übel, Alter. Und wie viel Jahren waren der? 16? Weiß nicht, 16? Der war damals ab 16. Ah, war der 18. Aber ich hab den auch schon früher geguckt, als man... Ich hab ja verschiedene Cut-Versionen davon. Aber bestimmt, deutsches Fernsehen-TV-Cut, also... Ne, der war ein Cut noch. Oh Gott, ich komm mir den weg nicht hoch. Jetzt wüsste, wo du bist. Ich bin bei den drei Pimmelsteinen in der Nähe. Ich hab den Sumpf vor mir, glaub ich. Ne, doch nicht. Die drei Pimmelsteine seh ich. Die kann ich sehen. Ich geh auf ein kleines Wasserloch zu. Dein mal. Da bist du. Alles klar. Da bist du. Hier, ich komm, ich schreibe nochmal. Alter, hier schreit die ganze Zeit ein... Da hinten bist du, Alter. Ja, ich seh das Wasserloch. Wir sind aneinander vorbeigelaufen. Aber ich seh dieses Wasserloch, wo du hin willst. Okay, okay, okay. Du bist in der Nähe von bösen Fleischwässern. Was schreien die denn hier die ganze Zeit? Man hat doch mal die Klappe, Alter. Ist ja mega erneu. Ekel Chris. Was denn? Er reagiert drauf. Ist gut. Ich bin nur so wie Paco. Paco hat aufzuspielen, wenn ihn das nervt. Wenn die Leute die ganze Zeit rumschreien. Das stimmt, ne? Hört einfach auf. Ich bin tot. Wieso? Ja, was wohl? Es kommt ein... Ich bin tot. Alter, ich hab kein Alter, ne? Das ist so abgefuckt scheiße. Du musst das einstellen jetzt. Wir machen jetzt eh gleich vorbei. Das musst du wieder hinkriegen. Mich hat ein... Ähm, Juvie T-Rex gekillt. Was? Wie viel hat er dir gegeben? Ein bisschen was. Ja, wieder neu anfangen. Cool. Konntest dich aber nicht wehren, ne? Wo bin ich denn jetzt, Alter? Du brauchst auf jeden Fall den altern. Stell dir den mal fürs nächste Mal wieder an. So. Ah, ich muss annehmen. Ich weiß nicht, wo ich bin, Mann. Ekelhaft. Nein, nein, nein. Ich bin grad auf so einem komischen... Alter, was ist denn hier passiert? Hier ist der Stein aber ein bisschen... Kann ich da reingehen? Geil! Bist du jetzt in einem Stein drin, oder? Ich bin in einem Stein, ja. Warum haben wir hier so welches Glück, wenn wir Kani spielen? Sieht man mich nicht? Die werd ich mir auch ausloggen. Haha. Ja. Gut, ähm, dann würd ich noch sagen, wenn ich das Video gefallen hab, lass auf jeden Fall ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Das war ja mal den Hund, der Chris. Tschüss. Tschüss.